Hi Leute Servus Leute Willkommen Leute ja ich mache jetzt ein kleines Infovideo für euch, weil ihr wollt ja immer auf dem neuesten Stand sein und zwar der neuste Stand ist jetzt für nächste Woche den dritten zwölften bin ich auf der Essen Motor Show. Einfach mal durchschlendern, Autos angucken und wie auch immer. Bilder werde ich natürlich auch machen, Video muss ich mal gucken wie es zeitlich hinhaut beziehungsweise technisch hinhaut. Denke aber ja, dass da auch irgendwie wieder was kommen wird. Letztes Jahr hat es ja auch einigermaßen gut hingehauen und natürlich die Qualität war letztes Jahr nicht so die Brille. Dieses Jahr werde ich versuchen die Qualität ein bisschen hochwertiger zu gestalten und Bilder seht ihr dann entweder auf meiner Facebook Seite oder auf YouTube als kleines Video oder keine Ahnung. Sehen wir noch auf jeden Fall. Wollte ich das euch nur mitteilen, dass ich dann wie gesagt nächste Woche am dritten zwölften auf der Essen Motor Show bin. Wer mich kennenlernen möchte beziehungsweise mich eventuell schon kennt und mit mir mal privat quatschen möchte kann gerne vorbeigucken. Standort können wir ausmachen beziehungsweise wo wir uns treffen und ja ansonsten ich fahre mit ein paar Kollegen hoch. Wir fahren mit zwei Autos. Werde wahrscheinlich privat mit meinem Auto selber fahren weil ist nichts anderes möglich sonst. Wer natürlich dann mein Auto auch mal live sehen möchte. Kein Problem. Können wir hingehen und könnt euch angucken. Allerdings nur leider Winterreifen drauf und nicht so der Brille aber gut auch nicht schlimm. Ja ansonsten bevor ich noch lange rum rede um den heißen Brei wie gesagt alles weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt dritter zwölfter kommt vorbei Essen Motor Show. Ich bin dabei und ja bis dahin Leute Servus haut rein und hoffentlich sieht man sich. Bis zum nächsten Mal. tones